Guten Tag, mein Name ist Volker Steinkraus vom Dermatologikum Hamburg und Mitentwickler von SBT Skin Biology Therapy. Haben Sie trockene Haut? Nein? Vielleicht doch? Schubbt Ihre Haut gelegentlich ein bisschen Spannend oder bereitet Ihnen Missempfindungen? Manchmal ist sie vielleicht auch etwas gerötet? Wenn ja, ist die Ursache häufig ein Mangel an Feuchtigkeit. Viele Menschen kommen zu mir ins Dermatologikum und berichten von Hautproblemen, denen meist Trockenheit der Haut zugrunde liegt, ohne dass sie dafür eine Ursache wissen. Die Ursachen können vielfältig sein, es kann ein Mangel an Feuchtigkeit, es können widrige Umweltbedingungen, ein häufiger Wechsel von Pflegeprodukten sein oder einfach eine falsche und zu aggressive oder zu häufige Reinigung. Was greifen leider in den falschen Topf und nehmen eine fettreiche Creme und wollen versuchen, sich damit zu balancieren. Wichtiger und richtiger wäre es jedoch, eine Creme zu verwenden, die einen ganz hohen Feuchtigkeitsgehalt hat, wie zum Beispiel die von uns neu entwickelte SBT Skin Biology Therapy Balance Care Creme, die speziell darauf ausgerichtet ist. Die Verwendung dieser Creme ermöglicht es Ihnen, die Haut rasch zu beruhigen und die gestörte Feuchtigkeitsbalance und den gestörten Feuchtigkeitsgehalt der Haut schnell zu regulieren. Seien Sie gespannt auf ein bisher unbekanntes Hautgefühl. Ihr Volker Steinkraus.